Sehr geehrte Damen und Herren, 2020 war für uns alle ein vollkommen unerwartetes Jahr und eine große Herausforderung. Gewohntes und Geliebtes waren plötzlich nicht mehr möglich. Ich habe das selbst in vielen Bereichen hautnah miterlebt. Was ich aber auch erlebt habe, ist das Versorgungsleistungen, die wir für selbstverständlich erachten, zu jedem Zeitpunkt da waren. Der Strom kommt aus der Steckdose, das Wasser frisch und klar aus der Leitung. Eine Selbstverständlichkeit? Keineswegs. Wir alle erachten es als selbstverständlich, aber wenn man genauer hinschaut, dann braucht es viel Einsatz und eine gute Organisation. Wasser ist Leben, das müssen wir uns gerade in fordernden Zeiten wieder vor Augen halten. Wasserversorgung ist Sicherheit, das dürfen wir nicht vergessen. Die Wasserwirtschaft, die Wassergenossenschaften und alle Ehrenamtlichen, die tagtäglich ihre Leistung für unsere Heimat bringen, haben die lückenlose Versorgung der Bevölkerung mit bestem Trinkwasser sichergestellt. Im Stillen und selbstlos diese Leistung für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Es ist nebenbei auch heuer wieder gelungen, über 150 Wasserwarte und Genossenschaften in den Kursen aus- und weiterzubilden. Das ist ein wichtiger Beitrag zur professionellen Wasserwirtschaft. Meine Hochachtung, meinen aufrichtigen Dank für diese Leistung. In diesem herzlichen Dank an die Funktionsträger schließe ich auch den Dachverband mit ein. Mit OÖ Wasser sind die Mitglieder, Wassergenossenschaften und Gemeinden gut vertreten und bekommen alle notwendigen Informationen und wichtiges Wissen aktuell und schnell zur Verfügung gestellt. Das schätze und unterstütze ich. Wir haben mit der hohen Fachkompetenz von OÖ Wasser ein professionelles Netzwerk der Wasserwirtschaft. Ich habe die Arbeit des Genossenschaftsverbandes OÖ Wasser immer unterstützt und werde dies auch weiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln tun. Die Zukunft Trinkwasser ist eine Strategie, welche die Versorgungssicherheit und auch die Aufrechterhaltung der hohen Wasserqualität zum Ziel hat. Ein Ziel, dem sich die Politik gemeinsam mit dem Dachverband, den Wassergenossenschaften, den Gemeinden und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern verschrieben hat und eine Verantwortung nachfolgender Generationen gegenüber. Ich möchte zum Jahresende noch einmal allen, die sich hier unermüdlich einbringen, meinen Dank und meinen Respekt ausdrücken. Machen Sie so weiter und bleiben Sie gesund.